Ach schön, mit The Division 2 kann ich endlich mal Urlaub in Washington DC machen und mir alles ansehen, was die Stadt so zu bieten hat. Das Weiße Haus, große Parkanlagen, das Washington Monument, Morden des Straßengangs, äh Moment mal, 15 Dollar Eintritt? Das ist ja Wucher! Kein Wunder, dass die Stadt so vor die Hunde gegangen ist. Naja okay, vermutlich liegt das eher am Virus, das im ersten Teil verbreitet wurde und einen Großteil der Bevölkerung ausgelöscht hat. The Division 2 spielt sieben Monate nach diesen Ereignissen und schickt uns dieses Mal nach Washington DC, wo wir The Division zu neuer Stärke verhelfen, feindliche Gangs aus der Stadt kicken und den Bewohnern unter die Arme greifen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, bis auf die Story ist The Division 2 großartig geworden. Im Kern stecken in The Division 2 die gleichen Mechaniken wie schon im Vorgänger. Ihr absolviert Missionen, steigt im Level auf, rüstet neues Loot aus und startet die nächste Aktivität. Division 2 schafft es allerdings, dass sich das alles nicht wie ein monotoner Grind, sondern wie ein abwechslungsreiches Abenteuer anfühlt, in dem wir alle paar Meter etwas Neues entdecken. Das liegt vor allem an der gelungenen Spielwelt. Die stürzt, wie der Vorgänger vor Details die kleine Geschichten erzählen und deckt mit bekannten Bauten wie dem Weißen Haus, dem Capitol, dem Washington Monument und dem Lincoln Memorial die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt ab. Washington sieht aber nicht nur toll aus, sondern fühlt sich auch viel lebendiger als das New York im Vorgänger an. Zivilisten gehen regelmäßig auf Patrouille, um Ressourcen zu sammeln, gegnerische Banden bekriegen sich gegenseitig und Propaganda streut Hass unter den Überlebenden. Habt ihr die Kampagne abgeschlossen, eskaliert die Situation sogar noch weiter. Dann erobern Gangs und Siedlungsbewohner eigenständig Kontrollpunkte und führen einen kleinen Krieg untereinander. Genauso muss sich eine Stadt nach dem Zusammenbruch anfühlen. In der Spielwelt gibt es außerdem jede Menge zu tun. Ihr könnt keine 200 Meter weit gehen, ohne in die nächste Aktivität zu stolpern, ein Versteck mit Loots zu entdecken oder Audio-Logs und Echoes zu finden, die euch mehr über die Hintergrundgeschichte der Bewohner und Stadt verraten. Schnell steckt ihr in einer Erkundungsspirale fest. Nur noch ein Fragezeichen aufdecken, eben noch den Shade-Behälter einsammeln, kurz noch die Garage erkunden. Das fühlt sich in The Division 2 sehr ungezwungen an, obwohl wir ja eigentlich nur eine Checkliste abarbeiten. Natürlich läuft die Erkundung selten friedlich ab. In Washington treiben sich drei feindliche Gangs herum, die vielleicht nicht die intelligentesten Individuen unter der Sonne sind, dafür aber kluge Kämpfer. Die KI positioniert sich im Kämpfen nämlich schlau, kesselt euch ein und scheucht euch mit Granaten von Deckung zu Deckung. Gleichzeitig fühlen sich die Gegner nicht wie Kanonenfutter an, sondern suchen selber Schutz, wenn ihr auf sie feuert. Unterschiedliche Gegnertypen wie der Drohnen-Kontrolleur, der sich möglichst weit weg von euch einigelt und mit explodierenden Robotern und Kettensägenfahrzeugen aus der Distanz nervt, bringen zusätzliche Würze in den Kampf. Agilere Kämpfer mit Sturmgewehr und Strohflinten üben dagegen Druck aus, indem sie sich auf euch zubewegen. Zum Glück gibt euch The Division 2 jede Menge Möglichkeiten an die Hand, mit den Banden fertig zu werden. Die Waffen fühlen sich allesamt griffig an und haben alle Vor- und Nachteile. LMGs fassen teilweise über 100 Patronen, schießen aber nicht besonders präzise. Mit dem Scharfschützengewehr richtet ihr enormen Schaden an, dafür muss der Kopfschuss aber auch sitzen. Auch die Skills machen Spaß und laden zum Experimentieren ein. Im Laufe der Kampagne schaltet ihr acht Stück frei, die jeweils noch drei bis vier Variationen besitzen. Mit dem Chemikalienwerfer verätzt ihr eure Gegner mit Säure oder heilt alternativ eure Begleiter. Der Geschützturm gibt Dauerfeuer oder fungiert als Scharfschütze. Damit ihr regelmäßig an neue Ausrüstung kommt, hat sich Entwickler Massive Entertainment für ein großzügiges Loot-System entschieden. Nach jedem größeren Kampf findet ihr Knarren und Ausrüstung, bei einem Levelaufstieg bekommt ihr eine Kiste mit zwei weiteren Items und nach abgeschlossenen Missionen gibt es nochmal was extra. Das Tolle, die Gegenstände passen sich stets eurem Level an, wodurch ihr nur selten unnötigen Krempel findet. Unerwünschtes Loot zerlegt ihr einfach in seine Einzelteile und craftet daraus beispielsweise Mods, die eure Waffen mit Vor- und Nachteilen versehen. Und gefallen euch die Attribute und Talente eines Items nicht, tauscht ihr sie an der Rekalibrierungsstation mit einem anderen Gegenstand aus. Das Feintuning ist in The Division 2 aber kein Muss. Wenn ihr lediglich durch die Kampagne kommen wollt, reicht es schon, wenn ihr einfach immer die Items mit dem höchsten Level anlegt. Apropos Kampagne. Die Hauptmissionen sind toll gestaltet und abwechslungsreicher als im Vorgänger. In ihnen führt euch The Division 2 durch die spannendsten Schauplätze von Washington DC, etwa zum Lincoln Memorial, ins American History Museum, oder ins Air and Space Museum, in dem ihr in einem Planetarium Gegner über den Haufen schießt. Meistens reicht es schon, alle Gegner auszuschalten, ab und zu gibt es aber auch einen Kniff. In dieser Mission etwa sabotieren Störsender euer Interface und eure Gadgets. Ihr müsst die Störsender unter Zeitdruck ausschalten, gleichzeitig schickt das Spiel aber einen ganzen Haufen Gegner auf euch. Mit dem aktiven EMP-Störgerät ist Ihre Shade-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. Die große Schwäche der Kampagne ist die Story. Das sind sie. Eigentlich bietet das Szenario von The Division 2 genug Nährboden, um eine spannende Geschichte mit durchdachten Gegenspielern und emotionalen Momenten hervorzubringen. Davon seht ihr im Spiel aber nichts. Die Figuren sind langweilig und schicken euch lediglich von einer Mission zur nächsten. Die Handlung bleibt völlig belanglos. Ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe? Da hatten wir uns eindeutig mehr erhofft. Wenn ihr die Kampagne abgeschlossen habt, belohnt euch The Division 2 mit einigen neuen Features. Zum einen schaltet ihr die Spezialisierungen frei. Darunter der Überlebensexperte mit seiner Explosivbolzenarmbrust, der Zerstörungsexperte mit seinem Granatwerfer und der Präzisionsschütze mit einem besonders starken Scharfschützengewehr. Jeder der drei kommt zudem mit einem eigenen Fähigkeitenbaum daher, indem ihr unter anderem weitere Modifikationen für Skills, alternative Granaten und Buffs für eure Gruppe freischaltet. Zum anderen kommen im Endgame spezielle Kopfgeldmissionen, weitere Bosse, Weltränge und Invasionsmissionen hinzu. Bei letzteren tricksen die Entwickler aber. Euch kommt die Kulisse hier bekannt vor? Kein Wunder, wir haben sie euch eben schon einmal gezeigt. Denn die Invasionsmissionen recyceln lediglich die Schauplätze der Hauptmission und füllen sie mit der neuen Fraktion. Das ist zwar besser als nichts, aber keine sonderlich elegante Lösung. Dennoch können wir uns über die Contentfülle nicht beschweren. The Division 2 ist zum Release viel vollgepackter als das bei The Division 1 der Fall war und lässt auch Genre-Konkurrenten wie Anthem und Destiny 2 hinter sich. Neben den ganzen Haupt- und Nebenmissionen, Aktivitäten, Kopfgeldern und Geheimnissen in der Spielwelt, stecken auch noch drei Dark Zones und ein separater PvP-Modus im Loot-Shooter. Die Dark Zones gefallen uns sowohl von der Größe als auch von ihrer Architektur her sehr gut. Im Gegensatz zum Vorgänger, in dem es eine große Dark Zone in der Mitte der Karte gab, verteilen sich die drei Dark Zones in The Division 2 nun auf den Osten, Süden und Westen Washingtons und sind so optisch wesentlich abwechslungsreicher. Am Spielprinzip in der Dark Zone hat sich wenig geändert. Ihr trefft hier nach wie vor andere Spieler, denen ihr entweder unter die Arme greifen oder aber in den Rücken fallen könnt. Kontaminiertes Loot ist besonders wertvoll, muss aber von einem Hubschrauber abgeholt werden, was wiederum KI-Gegner und Spieler in der Dark Zone anlockt. Gebt ihr den Löffel ab, verliert ihr euer kontaminiertes Loot. Und da das schnell frustrieren kann, hat sich Massive Entertainment eine tolle Lösung ausgedacht. Ihr findet jetzt auch nicht-kontaminiertes Loot, das ihr direkt anlegen könnt und beim Ableben behaltet. Dadurch hat uns die Dark Zone auch in schlechten Momenten weitaus weniger frustriert als noch im Vorgänger. Sind euch die Geplänkel mit anderen Spielern in der Dark Zone nicht genug, könnt ihr euch im PvP-Modus austoben. Auch der ist von Anfang an im Spiel. In The Division 1 musstet ihr rund eineinhalb Jahre darauf warten. Zur Auswahl stehen die Spielmodi Gefecht und Vorherrschaft, wo hinter sich Team Deathmatch und Domination verbergen. Gespielt wird 4 gegen 4. Beide Modi erfinden das Shooter-Genre zwar nicht neu und bedienen sich stattdessen an alterprobten Abläufen, fügen sich aber dennoch schön ins Spiel ein. Ihr rennt nicht wie in einem Black Ops 4 wild durch die Gegend und schaltet Gegner mit zwei gezielten Kopfschüssen aus, sondern huscht von Deckung zu Deckung und nutzt eure Gadgets und Granaten, um Gegner aufzuscheuchen. The Division 2 befindet sich schon zu Release in einem tollen Zustand. Von der belanglosen Story und kleineren Bugs und KI-Aussetzern abgesehen, macht der Loot-Shooter sehr viel richtig und jede Menge Spaß. Die kleinen Detailverbesserungen wie die lebendigere Welt, die überarbeitete KI und Endgame-Spezialisierungen ergeben in der Summe einen großartigen Loot-Shooter, von dem sich die Konkurrenz noch eine Scheibe abschneiden kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.